So, liebe Freunde des guten Geschmacks, wir stehen hier vor der Backmull in Ladenburg. Gutes Essen und Musik hören einfach zusammen. Also, wenn ihr mal ein tolles Event plant, ich kann Harald Krüger und Band nur empfehlen. Wir hatten letztes Jahr ein Tonnen-Event hier auf der Hauptstraße in Ladenburg mit über 150 Gästen. Krüger und seine Jungs bringen alles zum Rocken. Also von daher, buchen, ich kann sie nur empfehlen. Bis dann, euer Rainer von der Backmull in Ladenburg.